So, meine lieben Pokémon-Freunde und Pokémon-Fans da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Prism. In der letzten Folge hatten wir Cheryl besiegen können, die Arena-Leiterin, die in Seashore City die Arena-Leiterin geworden ist. Natürlich ist es auch noch die Heimat von dem Protagonisten Trainer Braun, der jetzt leider nicht da ist. Aber in dieser Folge gehen wir jetzt nun Richtung Osauri City, denn unser nächster Ordner wartet hier schon, nördlich von hier. Und die Musik kennen wir schon sehr gut. Natürlich war der Wartermal schon jetzt die Trainer-Challenge hier gewesen, aber ich glaube, da wird jetzt irgendwie schwieriger sein. Aber anscheinend war die Arena-Leiterin ziemlich stark auf Level 70 und Level 60. Aber jetzt kommen schon die Trainer hier. Jemand soll ja diesen Weg freimachen. Menschen dazu zu zwingen, durch zu viel Gras zu gehen, ist einfach schlechte Straßengestaltung. Kann ich recht dazu stimmen, mein Lieber? Ich habe ein bisschen jetzt die Lautstärke ein bisschen leiser gestellt. Ich weiß ja, selbst beim letzten Let's Play war es etwas zu laut. Meine Stimme war etwas kaum zu hören, aber das sieht ja halbwegs so. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht mehr zu laut. Hauptsächlich nicht so laut. Ich habe jetzt derzeit nichts trainiert, weil ich habe in einem Tag jetzt nichts hochgeladen. Ich weiß ja selbst, ich habe jetzt nur noch Private Wild und Super Mario 64 nur gemacht. Leider fällt mir leider die Zeit, weiter zu trainieren, weil erstens ich hatte... In real life, ihr wisst schon selbst, meine Eltern brauchen mich häufiger jetzt, da mein Bruder jetzt schon, wie schon gesagt... Falls ihr es schon nicht gewusst habt, ist mein jüngerer Bruder jetzt schon nach England umgezogen und ich muss jetzt häufiger mit meinen Eltern jetzt ein bisschen mehr verbringen. Was jetzt... Was jetzt... Es verständlich ist. Und... Ja, Hauptsache, ich mache noch trotzdem Let's Plays täglich. Ich bin ja ab und zu nur nachmittags dort bis zum Abend und am Abend über die Nacht mache ich mehr Let's Play Parts. Und vormittags leite ich ja immer noch hoch, genauso wie abends ebenso. Warte, ausgerechnet haben die Ampel-Leuchte sind ziemlich elastisch, aber ein bisschen nervig. Ich freue mich nur selbst, wo gibt es einen EP-Teiler. Ich weiß, es gibt einen EP-Teiler, aber da bekommt man einfach nur mit einem QR-Code. Das ist das Problem. Nun, das relativiert die Dinge. Wir wissen ja schon selbst, wir haben natürlich die Assistentin von Professor Tim auch noch getroffen. Das habe ich auch fast vergessen zu sagen. Denn, ähm, wenn wir 16 Orden haben, bekommen wir natürlich ein spezielles Ticket zu den Kampf-Arkaden in westlich der Nalio-Region. Und das klingt dann schon ein bisschen was Nettes. Denn ich glaube, es wird dann noch, ähm... Schuhe gestaltet sein mit den ganzen Arena-Kämpfe. Denn erstens, wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt, ähm, all die 21 Orden dann auch sammeln. Und dann geht es dann mit dem Rematch der, ähm, Region-Liga wieder los. Und dann später... Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Gott sei Dank bliebst du es nicht mehr so lange. Das ist... Ist ein bisschen nervig. Aber mindestens dreimal wäre es sehr nett. Da müsste kein Regen. Die Käfer-Pokkons sind irgendwie nervig. Aber Level 78 sind sie schon extrem stark. What the fuck? Ich habe das Gefühl, dass dann die Arena-Leiterin dann auf Level 80 sein wird. Aber ich versuche dennoch, ähm, mit Top-Genesung und Top-Beleber und, äh, Beleber mich durchzukämpfen. So, da wir jetzt schon das Fahrrad haben... Warte! Hm. Warte, was? Bram. Später Bram. Streber Bram. Ah, das denke ich aber nicht gut. Aber ich glaube, wir versuchen mal mit Tina Schur, vielleicht ist das effektiv. Ja. Aber ich glaube, es ist halt aus. Ja, tatsächlich. Er hat zwar dann kein Schwalboss, natürlich Rasierblatt. Das ist aber ziemlich neu, dass es Rasierblatt erlernen kann. Für mich. Meiner Meinung nach. Ähm. So. Aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich jetzt dann auch noch dann, äh, die, wie gesagt, die Region-Liga durchmachen. Ich weiß nicht, was dann als nächstes kommt. Wahrscheinlich noch eine weitere Liga, die jetzt, äh, zum Finale dazu gehört. Ich habe gesagt, ich werde auch noch natürlich die Nallio-Wächter fangen. Aber so wie es aussieht, wird es erst in der nächsten Version verfügbar sein. Ein paar Legis sind hier noch zu sammeln, aber mehr nicht. Ich komme aus Yoto. Oh. Also wir kommen jetzt schon hier in der Nähe von Yoto. Ihr wisst schon, selbst damals waren wir schon in Pokémon Brown einmal auf Yoto. Und ja, wir werden natürlich unseren Weg dann jetzt nach Yoto bahnen. Ob es möglich wäre. Ansonsten müssen wir dann etwas anderes dann einfallen lassen. Ja, Dieb ist schon ziemlich stark, muss ich schon sagen. Ja, mega. Okay, dann ist Tandupto jetzt schon mal das größte, das beste Pokémon, das wir jetzt gewählt haben in unserem Team. Das ist Käfer und Gift, aber... Oh mein Gott. Aber es ist interessant, dass Stralbos richtig viel durchhält. Und ein bisschen schneller ist als alle anderen Pokémon in meinem Team. Aber interessant, dass jetzt der Rival jetzt nicht mehr auftaucht in dem ganzen gesamten Post-Game. Wir hatten Probleme mit dem Vandalismus auf der Aussichtsplattform. Also haben wir sie abgeschottet. Jetzt beschprühen Leute die Wand mit Farbe. Ah, jetzt kommt jetzt nochmal ein Fahrrad. What the fuck? Ist jetzt ein Radweg geworden das hier, oder wie? WTF? Normal habe ich jetzt nicht den Fahrrad eingeschaltet. Ich weiß nicht wieso. Naja. Wir kommen jetzt eh dann sowieso jetzt zum nächsten Arena-Kampf. In dieser Folge noch. Anscheinend. So, mal sehen. Wir haben jetzt wie viel... Wir haben jetzt leider nur... Nur Superschutz haben die nur dort auch, Mann. Okay, wir schauen mal jetzt kurz nach, wie viel Training, wie viel Top-Genesung habe ich. Vier und Zehn-Beleber und ein Top-Beleber. Das Top-Beleber muss ich natürlich aufheben. Das ist 100% sich sicher. Wenn wir schon 82.000 Poké-Dollar haben, habe ich nicht damit gerechnet. Oder 66. Das ist aber leider nichts. Da sind nur weitere Trainer hier. Und da ist die nächste Arena, glaube ich. Ja, Lilly. Nicht die Lilly, die von Sonne und Mond, sondern die Lilly von Pokémon Brown. Osaria City Pokémon Arena. Lilly. Teamleiter Lilly. Die eiskalte, eisige Trainerin. Oh ja, das ist jetzt sehr gut. Okay, dann probieren wir mal das hier mit... Tornupto. Wir werden das schickelich schon schaffen, glaube ich anscheinend. Es ist für dich kalt genug. Lilly liebt ihre Eis-Pokémon, also brauchst du etwas Heißes, um ihr Team zu schmelzen zu bringen. Wir haben schon Tornupto bei uns. Dann lass uns jetzt anfangen. Die Abhänge von Klatrit sind so heftig, Alter. Na ja. Ich muss da natürlich auch noch rausfinden, wo wir kriegen wie noch die weiteren Eiern. Wir können auch extra noch weitere Parts drehen. Aber ich weiß selbst, Pokémon Prism geht ja noch weiter, dann später, sobald es eine neue Version gibt. Aber ich weiß schon selbst, ich habe jetzt natürlich auch noch die Pokémon Direct geguckt. Ihr wisst schon selbst, die heutige neue Pokémon Direct von den zweiten DLC von Sonne und Mond. Und ich muss schon sagen, es ist ziemlich... Klasse, dass die jetzt so viele Informationen reingepackt haben. Viele Leute haben leider die erste DLC ein bisschen kritisiert, weil es eher das zu schwach sind, die Pokémon. Ich weiß, ich habe mein Team schon fast auf Level 100, also in Schwert und Schild, falls ihr es nicht gewusst habt. Sie haben natürlich auf Screen trainieren müssen. Und ja, es ist einfach klasse, dass die auch noch legendäre Pokémon als Dynamax reinpacken in den neuen DLC. Und ja, es wird natürlich ein Let's Play kommen von der Schneewelt in der Galar-Region. Sobald dann Pokémon Prism bald fertig ist und das noch bevor es noch bald released wird. Denn ich mache jetzt dann Platz für Pokémon Schwert und Schild. Und wenn ich das gemacht habe, ja, dann geht es dann halt los. Und wenn wir dann mit Schwert und Schild jetzt endgültig zu Ende gespielt haben. Ich weiß nicht, was jetzt nächstes kommt. Wahrscheinlich dann nach Pokémon Schwert und Schild, wenn Schneekrone am Lande oder Lande der Schneekrone. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich ein Let's Play machen. Ich weiß, ich habe die dritte Generation schon bereits gemacht. Aber ich glaube, es wird scheitert, dass ich jetzt ein bisschen mehr Pop- und Rumhack-Let's Plays machen werde. Da die Hauptspiele jetzt eher jetzt schon auf Stillstand gestanden sind, jetzt für ein Jahr. Nur DLCs sind jetzt rausgekommen. Eine neunte Generation kommt erst wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr hoffentlich. Ich bin gespannt, was die dann nächstes Impetto haben. Sobald dann, äh, was heißt, neunte Generation kommen wird. Vielleicht noch eine weitere Region oder wahrscheinlich ein Remake. Ich bin da sehr gespannt. Trotzdem geben wir die Hoffnung nicht auf für ein Remake auf der Switch. Wir wissen ja schon selbst, dass sehr viel darüber spekuliert wird, dass die Switch auch noch einen, ähm, einen neuen Konsole bekommt. Aber wer weiß, ob Nintendo das macht. Ich bin leider kein Experte von, oder eher ein Mensch, der rumschnüffelt an dem Nintendo-Hauptquartier in Japan. Aber ich bin gespannt, was, äh, für eine Konsole dann Nintendo machen wird, wenn dann die Switch tatsächlich, äh, stillgelegt wird. Wir wissen ja schon bereits selbst, dass die 3, dass der 3DS schon... ...lamgelegt wurde. Das ist aber eher anders als ein, 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 als ein Wasser... Ich weiß nicht, warum wir setzen jetzt auf einmal Gesteins-Pokémon ein. Das ist ja ein bisschen mir ungewöhnlich. Aber ich weiß nicht, warum setzt die Lunar-Steine ein. Obwohl Lunar-Steine nicht einmal ein... So. So, zum Release auf Level 60. Super. Galagladi. Das ist aber eher anders als Eis-Pokémon. Caleb. Ich glaube, das erinnert mich den Namen Caleb. Ich weiß nicht, das war der Freund von Domtendo oder was? Oder ist der noch der Freund von Domtendo, von Caleb? Ich weiß, es gibt einen Typen, der heißt Caleb. Ich weiß nicht, der heißt im YouTube so, aber ich weiß nicht, wer welchen YouTube-Namen der hat. Ich weiß nicht, wer das wisst, dann schreibt in die Kommentare. Es wurde sehr oft bei, ähm, Domtendo erwähnt. Damals. Okay. Dann lasst uns jetzt anfangen, Leute. Lilly wartet jetzt auf uns für einen eiskalten und sogar auch noch schmelzenden Kampf. Hi. Willst du mich gegen mich mit mir anlegen? Läuft bei dir? Ich habe ja immer Eis-Pokémon geliebt. Natürlich auch in den Wintermonaten. Ich bin von Kanto hergezogen, als diese Arena einen Leiter brauchte. Mein Team zerstört dich jetzt. Hm. Dann lass uns jetzt sehen. Mit Lilly. Und das ist nicht die Lilly, die von Sonne und Mond, wie schon gesagt. Verwechselt sie bloß nicht. Aber anscheinend ähnelst sie sich ein bisschen an Lilly, weil sie hat ja natürlich die Pokémon bei Sonne und Mond auch ein bisschen mit Fee und Eis-Typ. So, wir nehmen mal Wasserdüse, weil es schneller geht, die Attacke. Ach man, das ist aber nicht gut. Snippuna, das ist ja mal super. Dann setzen wir mal schnell Tannupto ein. Level 75. Habe ich da mit mir gedacht, die wäre Level 80. Aber what the fuck, warum sind die Trainer dann auf Level 78? What the hell? Aber ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich im nächsten Part dann nach Joto gehen. Das wird ja sicher sein. Also freut euch dann auf ein kleines Joto-Abenteuer. Sogar diese Hakel-Attacke ist ziemlich gut. Obwohl es eher ähnelt an diese Attacke. Boah, der zieht sehr viel ab, das muss ich schon sagen, mit seinen Attacken. Aber Snippuna ist jetzt da. Nice. Führen noch ein Tor. Na gut, dann sind wir mit Tannupto jetzt nochmal gut gewappnet. Und Lavapool verbrennt natürlich die Pokémon. Das macht ein bisschen den Kampf easy. So. Und Führen noch ein Tor geht mit deinen One-Hits down. Was ist das hier? Okay. Geist und... Eistyp. Level 77. Sie ist aber eher in dem Level wie, ähm... Ich weiß nicht, welchen Level sie ähnelt. Ich glaube, sie ist in demselben Level wie... Cheryl. Aber Cheryl war schon ein bisschen heftiger gewesen. Ich weiß, wir haben noch zwei, drei weitere Arena-Leiter noch zu schnappen. Aber wir machen das jetzt dann mal in Ruhe weiter gegen die Arena-Leiter, jetzt den Region. Und dann geht's dann direkt nach Yoto und dann nach Kanto. Denn es gibt zwei Kanto-Kämpfe. Und einmal geht's dann nach Tournord. Und dann sind wir schon mit den... Größten Teil, das Spiel ist dann fast fertig. Das heißt dann, wir müssen dann nur noch dann später die Region-Leiga wieder rematchen. Das wird aber ziemlich schwer sein. Dann müssen wir unsere Pokémon schon auf Level 100 pushen. Oder Level 80 höchstens. Und das wird jetzt noch ein bisschen weiter dauern. Ich bin traurig zur gleichen Zeit. Auch fröhlich. Vielen Dank für deine Hilfe, mich als Arena-Leiter zu verbessern. Hier, der Orden. Na, bitte. Den Hagel-Orden haben wir jetzt erhalten. Du sollst doch diese spezielle TM an dich nehmen. TM 89, das ist Hagelsturm, oder? Freezeburn. Oh. Das ist eine neue Attacke. Das ist ein eisiger Angriff, der den Gegner verbrennen oder einfrieren kann. Oh, Freezeburn. Ich weiß nicht, ob das wirklich einmal in der Generation, in den Hauptspielen mal gegeben hat, diese Attacke. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. So. Jetzt glaube ich jetzt, wir müssen jetzt nur noch... ...zum siebten Arena-Leiter gehen. Oder wir können jetzt nach Mercent City gehen. Das wäre noch eine Alternative. Indem wir jetzt diese Route nehmen von Heuhof City, so nach Mercent City zu kommen. Da brauchen wir nicht einmal die Höhle mal betreten. Ich weiß, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt alle Trainer durch, aber... Was soll's? Wir sind schon stark genug. Aber interessant, dass die Pokémon etwas schwächer sind. In dem Wilden-Area. Hier haben wir noch weitere Trainer hier. Aber so wie es aussieht, sind die da jetzt nicht mehr dort. Verschwinde aus meinem Haus. Ne. Ich gehe jetzt mal hier runter. Okay, das sind jetzt wieder weitere Trainer. Jede Menge Trainer. Dann tun wir uns jetzt mal schnell vorbereiten. Wir haben jetzt alle meine Top-Tränke, Top-Genesungen jetzt verkackt. Wir sind unter der Bucht. Cool, was? Yep. Interessant, dass die das letzte Mal hier die Nalio-Kampfmusik abspielt. Level 81? Wut! Okay. Okay, diesen Trainer fremde ich nochmal durch, ne? Aber... 81? Übertreiben! Scheiße! Das die so stark werden, das ist doch echt unglaublich. Wut! 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 overpowered. Das muss ich schon sagen jetzt. Ich glaube, ich werde lieber das hier nicht empfehlen, hier diese Route zu nehmen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal erst nicht wo. Wir haben jetzt schon fast alle Orte bereist. Außer diesen Ort, Igloo City und Merston City. Das sind die einzigen Orte, die wir jetzt noch bereisen können. Und da ist noch eine Arena irgendwo in Route 57. Aber ich glaube, das machen wir dann erst im nächsten Part, glaube ich, weil länger mache ich den Part ja eher sowieso nicht. Na gut. Ich weiß, wir haben jetzt nicht so viel erreicht, aber wir haben hauptsächlich jetzt den nächsten Orden schon erhalten. Uns fehlen uns nur noch... Wie viele Orden? Schauen wir mal nach. Uns fehlen uns nur noch drei Orden in der Region-Region. Also das heißt, einer ist jetzt natürlich in Merston City, der andere ist jetzt in Rude 7 und der andere in Igloo City. Gott weiß, wer dieser Typ ist. Lasst euch überraschen. Und dann gibt's noch die Arena-Kämpfe in Joto zweimal. Einmal in... Einmal in Kanto und einmal in der Thunort-Region. Und ich weiß von selbst, vielleicht werde ich dann Pokémon Blazed dann nicht spielen. Also Pokémon Blazed ist natürlich das Spiel, was natürlich in der Thunort-Region abspielt. Vielleicht wenn wir dann... Werdet ihr dann mehr darüber erfahren, was darüber über die Thunort-Region ist. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich werde ich Pokémon Blazed dann nach Pokémon Schwert und Schild dann machen. Mit dem zweiten... Nach dem zweiten DLC Let's Play dann halt. Na gut. Dann lass uns jetzt mal schnell zum siebten Orden gehen. Hoffentlich ist es noch möglich. Denn ich glaube, der Arena-Leiter wird ziemlich easy sein, glaube ich, dann im nächsten Part. Wir holen jetzt erstmal den... Machen wir uns den Weg frei bis zum siebten Orden. Hoffentlich ist es noch jetzt diesmal möglich. Letztes Mal war dieser Weiße dort, der hat uns den Weg... im Weg gestanden. So, dann werde ich jetzt mal schnell den Schutz nehmen. damit das jetzt ein bisschen schneller geht. So. Oh, der ist schon weg. Gut. Na gut, dann können wir jetzt schon den siebten Orden erst im nächsten Part machen, Leute. Also, wir beenden jetzt hier diese Folge. Dann geht es dann direkt zum nächsten Orden. Dann haben wir schon bald sechs... Ja, ich glaube, anscheinend sechs Orden dann bald in dieser Region. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann holen wir uns den sechsten Orden in der Region-Region nochmal. Also, bis zum nächsten Mal. Gebt einen Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Und ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, falls ihr neu seid auf meinem Kanal. Oder falls euch dein Content interessiert. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Poker Tendo. Tschau!